Sie werden es schier nicht glauben, liebe Zuschauer, aber Deutschland diskutiert zur Abwechslung mal über Flüchtlinge. Ja, wegen Ellwangen. Und weil Alexander Dobrindt Anwälte attackiert, die Asylbewerber vertreten. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Sie dem Dobby neuerdings ins Futter rühren. Aber der haut ja nur noch Klopper raus. Es ist nicht akzeptabel, dass eine Anti-Abschiebe-Industrie dafür sorgt, dass die Bemühungen des Rechtsstaates unterlaufen werden. Skrupellose Anwälte marodieren durch unsere Straßen und nutzen kackdreist legale Rechtsmittel. Ich sage mal so, wenn ich in der CSU wäre, ich würde nicht gegen Anwälte hetzen. Wie oft haben die euch rausgehauen, wenn ihr wieder besoffene Leute überfahren habt? Einfach nur mal drüber nachdenken. Ja, vielleicht lag es auch an der dünnen Luft da oben auf der Zugspitze, aber da hat sich der Alex in eine ganz bestimmte Formulierung geradezu verbissen, haben wir festgestellt. Hier, alles aus einem Interview und wir zählen mal mit. Die Abschiebung von kriminellen Asylbewerbern, kriminellen und gewaltbereiten Asylbewerbern. Das habe ich jetzt alles dreimal, viermal, fünfmal gesagt. Gut, danke. Du, dafür nicht, Alex. Dafür nicht. Ja, gewaltbereit holen wir 13 Mal und müssen wir 12 abziehen. Was wir gerade gehört haben, nennt man Framing. Der Zuschauer soll das Wort Asylbewerber gar nicht mehr denken können, ohne den Zusatz kriminell. Dobrindt, jetzt mal ernsthaft, tritt bitte endlich ein in die AfD. Wirklich. Selbst die AfD hat es nicht verdient, dass du ihnen ständig die Ideen klaust. Hier, guck mal, wir haben für dich extra vorbereitet, das AfD-Starter-Kit. Ja, da ist alles drin, was du brauchst. Guck mal hier, die Original-Gauland-Hundekrawatte. Zum Beispiel. Die ist sogar noch hässlicher als deine karierten Sackos. Dann, hier, guck mal, die Beatrix von Storch-Computermaus. Aber vorsichtig, da rutscht man ganz schnell von ab, natürlich. Und hier der Mitgliedsantrag. Und ernsthaft, wir von der Heute-Show zahlen dir sogar die Beiträge fürs erste Jahr. Unerträglich, der Dobrindt. Ich hoffe, das war auch Thema beim GroKo-Treffen mit Andrea Nahles. Können sich unsere Systeme die Hand geben, Andrea? Ich weiß es nicht. Oh. Die küssen sich. So war die Musik. Nicht überkräftig werden, ja, es war von Hand. Das war die Rede, ja. Schreckliche Bilder, wirklich. So, Tatsache. Tatsache ist, Tatsache ist aber auch, zur Entlastung unserer Kommunen, und damit die Integration der wirklich Schutzbedürftigen klappt, müsste auch das mit den Abschiebungen besser klappen. Aber das scheitert ja, wenn man genau hinguckt, nicht an irgendwelchen Anwälten, sondern zum Beispiel am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, dessen Asylbescheide sind nämlich oft so fehlerhaft, sagen Richter, dass 44 Prozent der Klagen dagegen in erster Instanz erfolgreich sind. Ich meine, kein Wunder. Das BAMF war jahrelang unterbesetzt und jetzt geht es nur noch um Tempo, Tempo, Tempo. Wir sollten innerhalb weniger Monate Hunderttausende von Asylverfahren abschließen. Das war die oberste Maxime. Wie diese Leistungen erbracht werden, war vollkommen zweitrangig. Und wenn keine Qualität gefordert wird, dann arbeite ich eben so, wie es gewünscht ist. Willkommen beim ZDF. Ja, aber gut. Das BAMF hat monatelang um mehr Personal gebettelt, dann gab es Crashkurse, jetzt ist das dabei rausgekommen. Aber demnächst wird alles besser. Mit Horst Seehofers Ankerzentren. Ja, Anker. Anker klingt doch super. Aber selbst da haben die Gutmenschen von der Anti-Abschiebe-Industrie schon wieder was zu meckern. Ich würde mal sagen, das ist dann so eine Art Einrichtung der Hoffnungslosigkeit. Es steht, Seehofers Ankerzentren, so sollen sie funktionieren. Anker steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. Ah, deswegen heißt das Ankerzentrum. Kurz im Gespräch war auch der Name AZ, hat sich aber nicht durchgesetzt. Ich sage Ihnen, das ganze Geankere ist im Grunde gedacht wie so eine Drehtür, wo der Asylbewerber vorne reingeht und wenn es optimal läuft, direkt wieder raus. Und jetzt kommt der Hammer. In diesen Zentren, sagt Seehofer, sollen Behörden von Bund, Land und Kommunen zusammenarbeiten. Ich sag mal, eher gibt es Frieden im Nahen Osten. Bis zu 1500 Asylbewerber sitzen dann da monatelang ohne Beschäftigung. Elfangen im Quadrat. Egal, wir machen es erstmal. Von den Machern von Obergrenze, Transitzone und irgendwas mit Kruzifixen kommt jetzt das Ankerzentrum. Demnächst vielleicht hier, hier oder hier. Hauptsache weit weg von unseren Wählern. Du verstehst nicht, was genau so ein Ankerzentrum macht. Wir auch nicht. In jedem Fall irgendwas mit einer hohen Mauer drum. Kein Gefängnis. Aber die Türen machen wir schon zu. Und zwar so lange, bis Söder in Bayern die absolute Mehrheit. Äh, so lange, bis über jeden Asylantrag entschieden ist. Ankerzentrum. Ein Spaß für die ganze Familie. Wenn sie denn nachziehen dürfte. Darf sie aber nicht. Das wird super. Ankerzentrum. Fünf sollen noch im Sommer kommen. Bayern-Wahl. Aha. Ankerzentrum. Das ist alles Teil von Seehofers Masterplan für schnellere Abschiebungen. Im Moment werden übrigens immer wieder gut integrierte Flüchtlinge mit Arbeit abgeschoben. Ganz einfach, weil man weiß, wo die sind. In der Schule oder am Arbeitsplatz. Außerdem fordert die Union diese Woche Werteunterricht für Flüchtlinge. Damit die unsere Werte lernen. So was ähnliches gibt es zwar schon längst, fast überall. Aber es klingt halt so schön entschlossen. Birte Schneider unterrichtet ehrenamtlich Wertekunde für geflüchtete Jugendliche. Ja, mich und die Kollegen hat das jetzt auch überrascht, dieser Vorstoß. Weil, äh, noch ist ja gar nicht geklärt, welche Werte da überhaupt gemeint sind. Ja, hallo, herzlich willkommen. Salam alaikum. Wertekunde, Werte sind uns Deutschen unglaublich wichtig. Deshalb haben wir sogar die Wertstofftonne. Ja. Ganze Welt geneidet uns in unsere deutsche Mutrennung. Wer soll, ist das auch das Erste, was ihr hier können müsst? In praktischen Wertstoffübungen lernen die jungen Zuwanderer die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Nee, nee, die gehört in die Katzenkunde. Wertekunde ist schon wichtig. Aber natürlich muss man dann auch Deutsche unterrichten, die unser Grundgesetz nicht richtig verstanden haben. Gibt's ja auch. Sauberkeit, Disziplin, Kehrwoche. Alexander, legst du bitte das Handy weg? Du, ich bin das so leid mit dir. So, meine Lieben, korrekte deutsche Fußbekleidung im Sommer. Barfuß? Nein. Sandale? Fast. Sandale mit Socken. So. Fleiß. Ganz wichtiger deutscher Wert. Wer fleißig ist, der kann von seiner Arbeit leben. Gut, es sei denn, er ist Minijobber. Oder Leiharbeiter. Oder er arbeitet bei der Post und ist mehr als zweimal krank. Diese Menschen nennen wir faule Schweine. Ehebruch ist in Deutschland kein Verbrechen. Dafür wird niemand hier gesteinigt, wenn ich also zum Beispiel meinen Mann betrüge. Ach! Wer hat den Stein geworfen? Und am allerwichtigsten unsere christlich-jüdischen Wurzeln. Man muss also an Gott glauben? Nein. Ja. Das sind halt Wurzeln. Christlich-jüdische. Aber habt ihr nicht die Juden? Vergesst die Wurzeln. Letztlich zählt auch eigentlich nur das hier. Strafgesetzbuch und Grundgesetz. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Das heißt, wenn du gegen ein Gesetz verstößt, wirst du auch dafür bestraft. Ende. Ja, Faisal? Was ist mit den VW-Managern? So, jetzt müssen wir wirklich langsam mal zu einem Ende kommen. Alexander, leg das Handy weg! Ich sag's nur noch einmal! Gib das Handy her! Gib das Scheiß Handy her! Das Handy her! Das Handy her! Kannst du dir nach den Ferien wieder abholen! Wertekunde. Weil Werte wirklich wertvoll sind. Danke! Schneider, meine Damen und Herren! Vielen Dank.